Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK EXTINTION! Ja, ja, genau. So, ich dachte, ich mache schon mal ein bisschen weiter im Folgen-Rhythmus. Oh, scheiße. Mein Managam hat kein Essie mehr. Ich muss auf jeden Fall erstmal ... Wieso kann ich ihn nicht umbenennen? Oder kann man die einfach nicht umbenennen? Naja, auf jeden Fall, es hat sich eigentlich noch nicht so viel getan, also zumindest bei mir. Wir haben hier nur ein kleines Häuschen erbaut, hier über dem Sunken Forest, was quasi als Lande oder als ... Wie hat er das genannt? Hat er nicht hier irgendwie ein Schild hingestellt? Ist irgendwie jetzt weg. Ähm, als Poststation, quasi als Briefkasten, weil man kann seit dem neuen Update, kann man Post verschicken quasi. Also so mit einem Gasbag, also dieser kleinen Puffel, wo wir getamt haben. Ich glaube in ... Ne, es war ... Ah, die Folge wollten wir aufnehmen, aber dann ist mein ... Irgendwas ist schief gelaufen. Ich glaube ... Ach, genau, mir hat sie auch mal mit zerschossen. Genau. Und, ähm ... Es gibt da jetzt so Fallschirme quasi. Ich guck mal gerade. Fallschirm, der ist es nicht. Ah, wie heißen die denn? Luft? Nein, auch nicht. Verdammt. Gut vorbereitet, schon wieder. Äh ... ähm ... Ich hoffe, mir zerschießt sie auf. Im Namen jetzt wieder nicht. Mhhh ... Da braucht man auf jeden Fall von dem Gasbag ... ... die Lunge oder so. Diesen Gasbagball. Hier, Bait Balloon ist das, glaube ich. Ach nee, hä? Auch nicht. Den sehe ich aber auch jetzt zum ersten Mal. Äh, hä? Ja, egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und dann kann man dann quasi Transportboxen machen und sie von A nach B, also zu einem bestimmten Punkt senden. Was so cool ist. Also man kann das Ding wirklich vollladen und dann von Base A oder nach Base B transportieren. Ich bin irgendwie jetzt blind, keine Ahnung. Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Vielleicht bin ich auch noch zu niedrig im Level, weil Maeve hat die alle gemacht. Und das ist auch richtig cool. Das ist ein Cryopod, das, ähm... Ist das das, was ich meine? Ich bin jetzt nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall wie eine Art Pokéball. Du kannst dann Dino damit einfangen und kannst ihn mitnehmen und irgendwo anders wieder, äh, freilassen. Das ist richtig, richtig cool. Gut, ich glaube, ich kann das echt noch nicht bauen. Verdammt. Naja. Ist jetzt auch wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir hier, genau hier unten, äh, hier auf diesem Punkt kommt dann von Maeve seinem Haus bis zu mir. Und, äh, da der Ballon halt keine Ecke fliegen kann, haben wir es halt jetzt hier oben hingemacht. Das ist der nächste Punkt, so quasi, der für mich am einfachsten ist, die Sachen immer abzuholen. Wir hatten auch so viele Ressourcen übrig in der anderen Base. Die haben wir jetzt übrigens... Oh, hier leckt es immer kurz, sorry. Die haben wir, äh, jetzt alle von A nach B, also das ich jetzt quasi. Boah, das hier braucht so viel Stamina. Der Managam. Managamr. Kurz Ausdauer tanken. Ja, und das sind auf jeden Fall die ganzen Ressourcen noch, die ich jetzt, äh, in meine Base, also von oben in meine Base transportieren will. Jetzt muss ich mal gucken, ich muss mich mal orientieren. Ja, da lang ist meine Base. Ich glaube, hier oben, weil ich genau bin der Spitze. So. Krass, wie viel Ausdauer das verbraucht. Ja, komm, da können wir eigentlich auch hochlatschen. So. Hier habe ich mir gleich mal ein Territorium eingezäunt, quasi. The area of the Queen of the Sunken Forest. Treat this beautiful place with respect. Every creature has its own spirit and soul. Ne? Muss man ja als Königin vom Sunken Forest auch würdigen hier und wahren. Ach, äh, und hier ist Antimorfordon. Oh, 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 oh. Was ist ein Level hat denn der? 135, juhu. Geil, den hole ich mir, den hole ich mir. Den werden wir uns mal holen. Ähm, ne, dafür muss ich erstmal noch ein Level drauf werden. Es dauert zum Glück nicht mehr lange, dann holen wir uns den. Ja, und das hier, finde ich, das ist einer der besten Items, die sie reingebracht haben, jetzt mit dem neuen, ich glaube, das ist eine Mod, oder? Dino Leash, das ist eine Mod, glaube ich. Ähm, da kannst du hier den Radius bestimmen. Und, äh, das verhindert, dass deine Dinos beim Wandern aktivieren, wenn du das aktivierst halt, dass sie wandern sollen, nicht, äh, zu weit weglaufen, sondern sie bleiben im Kreis, aber dürfen sich bewegen. Und, äh, das hab ich die ganze Zeit schon vermisst. Und, äh, das Problem ist aber, wenn man das zu klein stellt, äh, fahren sich deine Dinos, also wenn du männlich und weiblich gemischt hast, das ist mir nämlich mit den Dinos passiert, dass, äh, sie sich fortgepflanzt haben und ich es nicht gemerkt habe und das Ei lag da und fuhr kurz vor dem Tode. Ich hab's zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. So, Mannagam, äh, erstmal die ganzen Sachen weg. Bringen. Okay. Und den, ich glaub, den habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Das ist Lil Joe. Lil Joe ist auch neu in der Familie. Kurz ein bisschen Fleisch entführen. Für ne Mannagam. Ich glaub, den kann man wirklich nicht umnennen. Ich weiß aber nicht, wieso. So. So, und die Eule muss fleißig Kacka machen. Damit die, äh, Gatchas mir genug Steinchen auspupsen. Und wertvollen Stuff vor allem. Ach, das erste Dino-Ei. Sehr, sehr gut. Genau deswegen hab ich das Teil, hab ich mir den, äh, Dodo geholt. Dino? Hab ich Dodo gesagt? Ich weiß nicht mehr. Genau, das Dodo-Ei angeschafft. Den Dodo angeschafft fürs Eierlegen. So, jetzt haben wir's. Damit ich nämlich oben von dieser coolen Mod tolle Rezepte craften kann. Und die vielleicht auf dem Server verteilen, so ein bisschen. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen, was ich dann damit mache. Kann man ja als Präsent ein bisschen nett sein. Keine Ahnung, Pancakes oder so. Geht ja alles mit der Mod. Bisschen Backe-Backe-Kuchen. So. Ich denke, in der Folge werden wir jetzt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen transportieren. Das Geile ist, bei dem Managam, der, ähm, oh, keine Ausdauer mehr. Nein! Der kriegt keinen Fallschaden. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, aus XY-Höhe runterknalle, Knalle. Ach, hier hänge ich aber jetzt auch. Geil. Bekommt er keinen Fallschaden. Und er ist mega schnell. Den werde ich auf jeden Fall jetzt nach Ausdauer, äh, skillen, weil der verbraucht halt wenig, also wirklich viel Stamina. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich hier hoch. Ich glaube, hier muss ich jetzt mal lang. Ich laufe, laufe jetzt mal den Rest. Wie so ein Wiesel. So, und da oben ist es ja schon. So, tanken wir mal kurz Stamina. Das Dumme ist, es leckt halt immer da oben. Ja. Oh. Weil die Map immer geladen wird. Genau an dieser Stelle hier. Genau an dieser Stelle, wo wir unsere Base gebaut haben hier. Echt gut. Keine Ahnung, er lädt dann immer den Sanken Forest oder, keine Ahnung, die obere Welt. Ich weiß es nicht. So, wir gucken mal, was drin war. Oh, Pilzholz. Ich brauche ganz viel Pilzholz, weil ich mir die Steinplattformen machen möchte und das quasi, ach, das können wir eigentlich in der Folge mal machen, wenn doch dann am Ende genug Zeit bleibt. Moment, das können wir eigentlich jetzt mal machen. Die Sachen oben, die rennen ja jetzt nicht weg. Äh, was ist denn das? Rock, Drake, Tag, Tattel. Ja. Die Plattform, ich glaube, die muss ich in der Werkbank machen. So ein Brunnen hätte ich halt auch hier gerne. Diesen Wasserhahn aus Stein, ein möglicher Zugang. Den muss man, glaube ich. Ich meine, der verbraucht jetzt nicht so viel. Das können wir eigentlich mal machen gerade. Hier ist es, guck. Delivery Crate. A Box with a Gasbag attached that can use to deliver items to another location. Und so ist es halt dann, wie ich erklärt habe am Anfang. So, gucken wir mal, ob das wirklich so auch geht, der Brunnen, oder ob ich da eine Wasserstelle brauche. Ja, ich glaube, ja, du hast nach Sarah da. Fuak. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in der einen Mod hier, dem Table, Gab's Fountains? Nee, Dekorativ. Da gab's ein Wasserrad da. Oder mal Fountains? Nee. Lights war es auch nicht. Möbel war es nicht. Plants, Structures, Ivy, Stained Glass auch nicht. Nee, dann war es eine andere Mod. Malo. Da war es auch. Nee, das ist nur Pflanzen. Wasserrad da. Nee, das war, ist die Mod hier nicht drauf. Das war bei meinem alten Server. Mann, Shitty. Schade. Ähm, den könnte ich eigentlich in die Wüste mitnehmen. Den schmeiß ich mal nicht weg. Nee, das mach ich nicht. Gucken wir mal. So, ich bin leer, aber irgendwie bin ich noch voll. Ich klatsche mal da rein. Dann wollte ich noch einen Stall machen. Für meine ganzen Tiere, quasi. Ähm, meine Gaben leeren. Wir machen gleich die Plattform. Komm, passt das noch drauf? Oh, ja. Ja. Schleichen wir halt jetzt zum Schrank. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben ja die Zeit. Habe ich eigentlich die Musik wieder ausgemacht? Little Joe. Man sieht erstmal so im Third Person, wie groß die Dinos eigentlich wirklich sind. Wenn ich so stehe, finde ich, wirkt das viel weniger, als wenn ich so stehe. Voll cool. diesen Gleiter, wo ich auch anhabe, der ist wirklich lebenswichtig. Wenn ich irgendwo zum Beispiel, das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, aus Versehen E drücke, also ich dismounte dann und fliege dann runter vom Tier. Und, äh, so, wenn ich eine Leertaste drücke, nochmal, kann ich halt ganz langsam runtergleiten und, äh, sterbe dann halt nicht. Mega gute Erfindung. So, ne, das war Fiber and Edge. Leather. Zack. So. Die Plattformen. Sorry, ich laufe schon wieder hier so ein bisschen verwirrt rum, aber das ist immer, während man aufnimmt. Struktur, ups, Strukturen. Machen wir es mal alles auf. Ich meine, den muss ich in der Werkbank machen. Da, oder? Ne, Klippenplattform aus Metall. Ich möchte die, ah, die Baumplattform aus Metall. Wie brauche ich denn da? Boah, 1800 Metall. Seid ihr denn verrückt? Was ist denn das? Eine Zange? Auf einen der Schmiede hergestellt, das kaputtes Item kann, Item benutzen, um es in deinem Inventar, Hörung, kannst du nicht mehr. Ach, cool. Blauer Edelstein habe ich leider nicht. Wo kriege ich denn blaue Edelsteine her? Man, tschüss, ne. Da ist er. Oh. Okay, dann machen wir es halt. Ja, der will es irgendwie nicht in mein Inventar transferieren. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, es war nur zwei. Weil, über dieses Ressourcen sammeln da oben, dieser Button, ist das irgendwie so ein bisschen, ob das, ich weiß nicht, ob es am, am Spiel selbst liegt, weil er sagt mir dann halt, du bist zu schwer, also ich kann dir die Ressourcen nicht in dein Inventar liefern, weil du zu schwer bist. Was eigentlich Schwachsinn ist, weil wenn ich das Ding dann herstelle, verregert sich ja dann sowieso das Gewicht. Jetzt suche ich, jetzt suche ich diesen scheiß Plattformding wieder. Egal, ich weiß noch aus, wenn ich 250 Zement, 1, 2, 3, nehmen wir mal, ja, 3. Zack, zack, zack. Dann die 800 Pilsholz, 1, 2, 3, und alles, das ganze Pilsholz hat alles mein Gacha ausgepupst, in Form von Kristallen. Das ist, äh, richtig wertvoll gewesen. Habe ich jetzt 800? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Zeit. So, da ist es. Äh, 10 Pilzholz, wirklich? Äh, 10. So. Dann waren es noch Fiber. Steine. 1200! What? Okay. Ähm. Das ist, äh, sehr viel. Also 600 Fasern. Gut, dann haben wir jetzt noch den Auftrag, Steine und Fasern. Ah ne, ich habe ja jetzt 600, ne? Ja, nur noch Steine. Oh mein Gott. Ich latsch mal alles rein, ich latsch mal alles rein, hier. So, jetzt auch einfach nochmal genauso viel Steine. Ich hoffe, wir haben oben noch so viel Steine in der Postbox. ja, 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 wir haben hier doch genug. Ich würde nämlich gerne diese Plattform, diese Steinplattform, an, das Haus machen bei mir. dass man das quasi so als Landeplattform benutzen kann. Und dann werde ich dann versuchen, irgendwie, ist das jetzt so schwer? Ne. Irgendwie das mit einem Tor zu bauen und so mit bisschen Fackeln, so als Positionsmark-Markierung. So. Tuh. Da gleitet er dahin. Vorhin hat er es geschafft. Von ganz unten. Nach meinem nicht ganz nah. Ah. Give me all your crystals. Give me all your crystals. Ja, kann man behalten. Jeder Gacha hat ja eine eigene. eine eigene, ähm, ja, was sagt man denn da? Ey. Lande jetzt. Jeder Gacha kann was eigenes herstellen, also was besonderes. Das finde ich richtig toll. Da habe ich irgendwie das Bedürfnis, mir so 5, 6, 7 Gachas zu tamen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Schneeölen. Schneeölen! Schneeäulen. So. Weil die Kacke brauchen wir unbedingt. Kacke plus Steine in den Gacha. Das Ding kackt Steine wie kein zweiter. Können wir nicht immer zwei wieder reintun? überladen. Pop. Und der pups dann auch halt richtig wertvolles Zeug aus. Ich glaube, ich hatte eine Sniper Rifle bekommen mit also mit hellblau aufgewertet schon. Das ist die höchste Stufe. Aber nur mit 200 Damage. Ah! Da. Oh, nur ein einfacher Kristall. Da ich ja weiß, dass ich meinen Gacha hier auf Steine gemacht habe, hat der pups ja mir immer 120 Steine aus. Hier füttert wir ihn gleich mal wieder. Eigentlich auch Protest, dass die Steine essen, ne? So, erstmal ein OP-Dilo. Die Dilos habe ich nebenbei noch mitgetamed automatisch mit dieser Immersive Taming Methode, als ich ihn hier tamen wollte. Das ist, finde ich, der Nachteil an der Mod. Da lang. Weil du musst ja dann dieses Futter überhin schießen oder in die Nähe schießen und dann bekommen das natürlich auch andere Dinos noch mit, ne? Ist ja klar. Die, also andere Fleischfresser zum Beispiel, die rundherum stehen. So. Oh, meinst du ist der Puffel. Der ist einfach süß. Jetzt haben wir den auch mit dem Pokéball, also anhand von diesem Pokéball hierher transportiert, weil wir die andere Base abgerissen haben. So. Jetzt aber wieder hier. Mein Gott, hat das Ressourcen gekostet. Ressourcen. Ressourcen. Das muss raus, das muss auch raus und das auch. Und damit, genau, das ist hier doch dieser Empty Cryptopod. Gott. Ja. Ja, ja, ja. So, Steine sind wieder alle aufgebraucht. Quatsch. Damit weiß ich auch nicht so ganz, was ich mit, wofür ich das alles brauche. Ich habe es halt einfach mal mitgenommen. Kann ja nicht schaden. Das muss ich noch rausfinden. Es gibt bestimmt einen Weg. Ah, es hat geklingelt. Ah, was Lidernis, was Lidernis. Zack. Und du? Auch gleich? Ja, komm, du Kleine. Da ist doch schon der Kristall hier vorne. Oder den da oben? Hat sie? Nee, ist nur ein einfacher. Pilzholz. Und? Ah, schon wieder eine Sniper. Die kriegst du aber jetzt gleich wieder zu essen, weil die brauche ich nicht. Da habe ich schon genug von. so, äh, Holz. Patsch, patsch. So, dann gucken wir mal, wo wir die, äh, Plattformen hinklatschen. Nimm ich mal die Eule gerade, weil die am einfachsten und, am unkompliziertesten ist, äh, in der Luft. Die bleibt nämlich sofort stehen, wenn man aufhört, wehzudrücken. So, seht ihr? Jetzt kann man die hier dran platschen, äh, patschen. Und da ich ja hier vorne, hier gerne auf dieser Fläche, das Gehege machen möchte, mit Aussichtsplattform, kann man die auch irgendwo, äh, Hä, wieso kann ich die denn nicht platzieren? Hä? Muss die weiter runter, oder was? Ah, so. Ja, toll, jetzt backe ich mit der Eule dann drin fest, Moment. Ein Level Up! Ist doch hier in die Ecke, oder? Ich weiß es nicht so ganz. Patsch. So, und schon hat man eine Landebahn. Ah, schön. Sehr schön. Ich mag das. Dann, wenn ich Glück habe, oder wenn ich weiter noch Ressourcen sammle, mache ich noch eine zweite. Kann ich jetzt eigentlich auch wieder abreißen? Ja, nur abreißen, okay. Und ich bin endlich Level 62. Ich kann jetzt endlich, das müsst ihr euch mal überlegen, mit Level 62, kann ich mir jetzt endlich die Tranked Darts machen hier. Hapagones-Sattel und Agenturfsattel. Sehr schön. Gut, dann kommt eigentlich nicht mehr viel. Das ist die Swat-Rüstung, glaube ich, die habe ich aber schon von meinen Gachas bekommen. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, auch nicht. Das hier noch, wäre noch interessant. Ich glaube, das ist auch was Tag-mäßiges. Den Compound-Bow hätte ich dann vielleicht noch gerne. Ja, und dann muss man gucken. Ah, nee, das ist die Swat-Rüstung. Was ist denn das da oben? Was war das denn? Ah, dieser Bienenstock, ne? Was ist denn das für eine Rüstung? Operation? Hm, naja, egal. So, die Plattform ist fertig. Ich freue mich sehr. Dann können wir dann in der nächsten Folge damit anfangen, hier ein bisschen zu bauen und ein Gehege draus zu machen. Ich hoffe, ich bekomme das irgendwie hin, da ein Gehege drauf oder beziehungsweise ein Tor noch drauf zu klatschen, aber das müsste kein Problem sein. Nee, da mache ich hier ein Tor hin, dass man halt quasi, wenn man so angeflogen kommt, so, ich mache mal hier kurz einen Kunstflug um den Baum. So, und dann direkt so landen kann. Dann geht hier das Tor auf. Doch, das passt, das passt. Wird aber ein kleines Gehege, wenn ich mir gerade mal so vorstelle. Naja, egal, das passt schon. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein, bis dann, tschüss.